Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war grad schön knapp. Das war grad der Anfang. Endlich, wir sind angekommen. Vielleicht schauen wir uns erstmal um, machen uns mit der Gegend vertraut. Vielleicht finden wir was, aber unauffällig, wir wollen uns ja keinen Ärger anhandeln. Schau mal, da hinten sind Leute, die spielen Karten. Nein Holger, lass es. Du handelst mir nur Ärger ein. Aber sie haben gefragt, ob ich mitspielen will. Geh mit Ruhe, das gibt nur Stress. Moment mal, der mogelt doch. So geht's aber nicht. So nicht, mein Freund. Was in aller Herrgotts Name ist denn hier passiert, Holger? Ja, also... Die wollten mich übers Elfenohr hauen. Ich bin der Herrgotts Name. Ich bin der Herrgült.